ja willkommen zurück da ist die aufnahme leider ein bisschen gecrasht habt aber die pfeffer passt es ist sehr gut jetzt ist das ein ekelhaftes fiel die sind auch nicht besser ja ist ja gut hier auch ja komm ja nächste türe auf ja der hat nicht viel verpasst habe unten eine kiste geholt und mich durch eine horde Ich habe durchs Götter gekämpft. Lecko Mio, ey. Da kommt er noch. Na komm, leck dich wieder. Weg mit euch. Weg mit euch. Ja, look around. Mach schon die ganze Zeit. Ich werde wieder alles voll von dem Freak sein. Komm. Komm schon, komm schon. Ich sehne die Sealsenergie hinter dieser Wall. Ein gebrochen Passwort war einmal hier irgendwo. Ich muss das machen. Garantiert dagegen schmeißen, das Ding. Sind wir da so ein Ding? Und dann... Wann ausgangen? Wann ausgangen? Guck! gut ja lüft das geheimnis ist ja kein thema habe ich noch irgendwas dagegen schmeißen kann ich muss irgendwas gegen schmeißen er trank perfekt immer noch irgendwas explosives hier habe ich das jetzt schon versaut doch schon was mal auf war Mama. Okay, aber hier ist so nix. Oh Gott. Ja, schön. Ja, aber jetzt habe ich es nur versaut, oder nicht? Ich so was hasse. Ah. Was bist du? Zweite Kiste. Oh, wieder drei Kisten sind. Jetzt sind wir alle vollen Freaks. Das ist unmöglich. Kein Schmerz kann entrapnen an Angel and apology. Oh, hier. Ja Weg. Warte, sieh'n es aufgegangen. ich habe es ein kleineskilder ja das ist ein kleines weg ja 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 das ist ja ein grösser hier so, wo muss ich lang oben, unten das kann sich doch noch um Stunden handeln hier ja 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 Weg! Weg! Meine Fresse! Ist ermüdend! Na komm schon! Wie komm ich da rein? Ein Schädel zertrümmer! Die Karte war super! Ja! Ja! Da ist die Tür offen. Da drüben ist die Tür offen. Wie kommen wir denn da hin? Wie ist die Treppe nach oben? Wie ist die Treppe nach oben? Ah, hier sind diese Exklusiv-Dinger. Wird schön und gut. Das ist nämlich nicht die Lösung, glaube ich gerade. Das ist mir hier oben. Ah, ich sehe schon. Aber auch nicht. Das ist eine Flasche, ja. Ja, schönen Dank auch. Aha. Wieso kann ich hier hin? Gucken auf jeden Fall Viecher raus. Das geht auf jeden Fall nicht kaputt. Ja, ich muss da wieder rein, aber... Das ist mir leid, Leute. Ich verstehe es nicht. Ist doch offen. Ich muss hier so ein Ding davon runter holen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, das geht also nicht. Ja, ich verstehe es trotzdem nicht, was ich jetzt machen muss. Wer ist's? Ja, er lüften sich das Geheimnis. Ich bin garantiert schon 10.000 Mal dran vorbeigelaufen. Mindestens 10.000 Mal. Hier ist ein Heiltrank. Hier komm ich nicht rein. Da erwartet mich nur der Tod. Gut, das ist der nächste Abschnitt. Jetzt watschen wir hier mal langsam durch. Ja, da kann man hoch. Ist hier irgendwo vielleicht ein versteckter Schalter. Hier nicht, da nicht. So, das wird mir nur angezeigt. So, lüften sich das Geheimnis. Die Tür ist offen und die ist verschlossen. Hm. 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 Jetzt sind die alle gar nicht so schwer. Irgendwas übersehe ich hier. Ich muss jetzt alle diese Fässer hier wegräumen. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht nur der Grund. Nein, das klappt auch nicht. Oh Gott. Und nun findet es hier. Okay. Ach du Scheiße. Oh, ich bin jetzt hier. Okay. Okay. Oh, Gott. Oh, Gott, Gott. Oh, 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 ey. Oh. Oh, Schild sind. Oh. Oh. Oh, ich muss weg. Oh, ich muss wegfallen. Neue Fertigkeiten. Hm? Dieser Elend mit dem Schild, aber... Das war's dann mit Heiltränke. Ja, ist ja gut jetzt. Langeres ist einfach nur noch nervig. Die Waffe ist zum Kotzen. Das war's dann. Das war's. 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 Ja, Mr.. 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 So, reicht das jetzt, oder? Leck mich doch ohne Füße an. Ja, ist er gut, hier ist es. Okay. Das ist ja gut jetzt. Muss auch einen Heil tragen. Langsam nervt sie euch. Mann, hau! Da müsste er Kettenrisse. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Verletzend. Ja, kann ich jetzt auch nicht mal raus hier. Da, voll. Schwert des Schlägers. Ah, ich hab hier keine Lust mehr. Höre das Ritual durch. Oh, ich krieg den Bogen. Sehr geil. Ist das nicht? Bei Lucifer. Ich weiß diesen Bogen. Könnte es sein? Oh nein. Sie kommen. Wo kommen wir denn? Ey, ihr seid so ultra nervig. Was? Schnelles Kampfhaber. Ich bin fest. Ach, Gelddun. Ich bin mal drauf. weg mit dir ist er okay wir haben uns durch ist nur so ein bisschen nervig haben wir jetzt alle Feinden besiegt hier alle feinde alle feinde tor ich hoffe das war es jetzt ok ich wollte ja gut leute ich würde sagen das wäre der headwrap mode und ja wir sehen uns dann später bis dann tschau bis dann philosophy schau mut